Es ist Abend und wir sitzen bei mir, wir spielen Karten und ich bin am Verlieren. Bist du vorbei? Ich mein, wir sind hier. Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Sag mal, könntest du vielleicht noch einen Kasten? Glaubst du, das reicht? Und fährst du zufällig bei Nilo vorbei? Genau du weißt, was ich mein. Es ist Abend und wir sitzen bei mir, kommst du vorbei? Wir sind hier. Ich lass alles passieren. Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Ich lass alles passieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, nicht schlecht für den ersten Mal. Ich kam zu den Videos. Tschüss. Tschüss. Tschüss.